jo leute was geht ab und willkommen zu minecraft mineclash und ja ich glaube jetzt ist es fertig warte bevor wir es abbauen muss ich mein infantile unser erstes jetzt fehlen sie wachst es nicht braucht es dunkelheit mit der zeit der ersten folgen so er braucht glaube ich keine ahnung aber da ist das nächste gleich wir brauchen drei stück ne drei stück brauchen wir das heißt wenn es groß ist muss noch eins groß werden also wenn alle kurs ja gut schaffen wir schon und dann fahre mich das noch mal im nether des material und die beim die sie jetzt kriegt man direkt raus gleich mal neue machen das ja kommend ist unsere werkstatt hier oder so siehts aus lass mal alles so stehen ne ja doch ne junge hier kann man immer rumlaufen juck dir niemand ob man hier laufen kann welt zum download verfügung zur verfügung zu stellen mache ich nicht juckt mich nicht juckt mich nicht ah sie ist groß reiß ab schade 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 ist leider nichts rausgekommen jetzt müssen wir wieder anpflanzen nein warte blut hinschmeißen warte mal wie viel haben wir jetzt denn 36 36 ok verliert also nix und lassen wir das wieder wachsen hier weiß gerade gar nicht was ich machen soll hier noch try light forest portal ich mach mal ein schönes dampf für diese folge und das sechste werk gewachsen also das in dem eck er ist das rasiert alle alter immer weg gedanken danke ich mache erst screen events groß ist ich auch so lange schlacht die creeper stirbt und ich repariere die bobfarm ich glaube dass wir jetzt genug dinge haben verstehe ich ja repariert er ja schon also muss ich nichts machen nee du könntest die eine creeper form reparieren warum mal die nicht geht doch das bauen noch die ganze zeit wäre ja weil es sollte nicht eigentlich scheiß egal ob es jetzt die ganze zeit bauen oder nicht so vieles bauen ähnlich wenn ihr ja oder wir bauen in den spawner einfach ab wenn sie nicht mehr brauche schnell also kann man alles machen kein problem mein gunpowder haben jetzt eh genug feuerzeug nehmen wir immer mit in die höhle eigentlich direkt wieder blut hinschmeißen irgendwie haben wir keine eisen mehr wir haben keine eise mehr das heißt wir müssen eise block abbauen ich sollte meine rüstung mal reparieren aber hey das ist ein eisenblock ja weiß aber gesagt kann ja ja wenn wir er fackelt wo hat es gefackelt beim creeper hat es ich bin also ein düdel düdel alte hast du hex ne es lebt glaube nein so ich warte und ich warte und ich warte ich gehe mal wieder zu chokobus muss in jeder folge sein dass er ausrasten kann schweisch die portal sollten wir auch mal beschriften es wäre nützlich es wäre so jetzt zu euch leute machen wir es so er hat mich ehrlich gesagt auch nicht was ja wenn da kein schwarzes rauskommt kann ja nichts dafür schreibt ihr mal schreibt ihr mal einfach mal in die kommentare warum denn man jetzt war das so ist es so dass da kein wasser hinkommt nach unten ja da kommt was nein da 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 ich sehe nix ja komm her ja bin ich da das hat eins gewachsen läuft bei dem du bist eben nicht da komm her so jetzt schwarz weiß alter ja ja komm ich glaube ich gibt es auf ohne scheiß ohne scheiß ohne mais es ist gewachsen alter jetzt hat es in der mitte aber eiskalt aufgeholt dicker ja komm mit verstehe ich nicht weil schon halt die fresse also schon immer so dass da an dem rand kein wasser ist ist egal scheißegal eigentlich schau mal das in der mitte hat voll aufgeholt alter und das rechts bleibt wie einfach so liegen ohne grund liegen das bleibt einfach liegen so 180 blut haben wir noch was mein stößt ist beim ist scheint wort gut ich glaube das ist besser als ender giants wort es ist scheiße da gibt es auch noch so ein weißen was wort alter wie viele sachen es da einfach gibt sogar ein schild krass der blog sieht ganz schön aus die machen wir als nächstes wo daraus mir ein haus ein besser man kaum schon wachst du scheiß müssen ja warum hat nur noch die kacke und was wollen wir noch was brauchen wir noch bio mehr wir brauchen die spitzhack und dazu braucht man drei stück ich habe bis jetzt zwei und dann kann man ins nasser gehen und die scheiß erze ab ja ich baue ich dann auch wieso du weil ich der boss bin ich sagte der sklave wachs schneller digger wachs schneller hey schlag mal mit dem stick auf irgendein nachts 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 bringt was ich weiß jetzt wie meinen minecraft die ids bekommt da kommt mit dem stick auf dem block voll lol so bekommt man also all dies alter wat ich doch nur ein hexet du hast keine die ja schon klar doch meine richtung hat die sollte ich jetzt eigentlich fünf stück aufgelistet bekommen äh 4 theoretisch gehen wir pennen ja hey mein bett verpiss dich alter gg ohne witz chat voll gespand ich sehe gar nichts mehr vom gameplay ja ist einfach so ich glaube in dem drei fragen auf oder ne doch mit dem fünf auf so wann ist die scheiße eigentlich gewachsen keine ahnung wenn sie gewachsen ist machen screen habe jetzt nicht mal schnell 321 heute ist die alter denkmal das wäre jetzt einfach weg geflogen weil das abgeknallt hast junge habe keine gute rüstung ja und meine rüstung die alter mein helm hat gerade ein zentimeter balken verloren meine rüstung 10 ja gibt's nicht mal dass der scheiß bogen weg du kriegst ja die jetzt sind die scheiß feine da jetzt muss man so machen du musst es machen knappe scheiße mal rum ja mach weiter sie verschwinden dein ernst einer steckt noch drin sorry warte wieso machen wir unsere bürgen kaputt alt du sagst dich selber man ein lüter wir haben schon weg aus feiern sieht schön aus nicht wahr wunderschön aber mein bogen geht jetzt kaputt jo wir bringen jetzt eine folge mit warten da ist es langweilig hey das blut sammelt sein nö will schon blut trinken nö immer ja 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 blut ist immer du da kriegst du effekte gell echt ja oh ja nein das ist blutverschwendung alter ist schwere arbeit wenn du einmal trinkt nur einmal ja okay hier sauf halt 90 liter blut gib ey jetzt habe ich einen effekt bekommen ja ja effekt ist hunger und stärke alter wie viel hast du gesoffen nur eins ohne jetzt hör auf mir abzuknallen ja ja und ich will nicht meine rüstung reparieren ich auch nicht du dein ist scheißegal okay warte lass ich will da ne 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 so fertig abreißen nein was so hau her gib du mir hab ihr um es sieht spaß okay gib mir die kacke gib du mir ey meine arbeit ich will kraften ich will kraften ich darf abbauen da kriegst dick ich mach gleich zwei stücke nein doch ne kann ich hab ich ja ja gib her junge alter was ist das für eine scheiße das neue Novolein kasino kann ich verzaubern halt die fresse was alter ohne witz ne weil jetzt dafür mein video scheiße gesperrt wird ey ohne witz ich verklag scheiß internet ohne witz öffnet sich bei mir so eine scheiß werbung hier mach glück dran kriegst mehr raus ne die kann mal für was glück junge keine ahnung komm mit ins nether dann siehst du für was man glück braucht für quats ne junge ich baue die scheiße ich hab schon eh genug quats ja ach ne nether nether ja ich bin drin so hier so tot hier ist mal blau wir brauchen blau und gelb jetzt kommt der größte fail kann die ganze scheiße mit der pickaxe hier auch abbauen echt nee oder doch nee doch schau komm her und zwar viel schneller schau mal komm mal und wir assis machen das ne ewigkeit komm mal her drei verkackte folgen ich weiß egal wir haben jetzt palmes halt die fresse ok ach halt's maul dreckskind immer rüstung kaputt ey kack ab ohne scheiß ey du kannst mich mal ja was kann ich dafür ja ich hab gedacht du hast es ausprobiert du scheiße hast es nicht ausprobiert du hast es nicht ausprobiert ich habe einen diamantenspitze habe es ausprobiert aber nicht mit der egal jetzt haben wir wenn schon wieder was neues gebaut ne ne größere scheiße wo man nicht braucht dafür haben wir das also bekommen was ja die haben wir doch bekommen aus der geschenkstour achso zu weihnachten stimmt unser weihnachtsgeschenk war die spitzhacke ja ich hab das portal gar nicht markiert fällt mir ein wie viel hast du ich hab ähm drei aditor ich hab sieben und sechs blaue ich hab ein blaues zwei blaues drei blaues vier blaues fünf blaues sechs blaues sieben blaues acht blaues neun blaues zehn blaues ja ja ich bin noch hinter der junge oh da ist große springe alter 39 schaden und die spinne lebt immer noch die hat 50 leben ähm ich würde sagen wir das reicht komm wir gehen lass uns verpaisen sonst müssen wir nochmal reingehen aber ich würde sagen das war es jetzt auch von dieser folge her und wir sehen uns in der nächsten folge also bis bis morgen oder bis gleich wie auch immer man kann es drehen und wenden wie man will ist trotzdem immer falsch also bei mir schon mal alles richtig ja also tschau